Jo Leute damit, willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und in dem Video geht es um einen neuen Woche 6 Auftrag und der heißt hier, besuche die nette Aussicht, den verlässlichen Verleih und Lockys Leuchtturm. In dem Video zeige ich euch alle drei Orte und dafür sehen wir uns gleich ganz kurz einmal in einer Runde Kampflabor. Wir beginnen auch schon mal direkt mit dem ersten Ort und das wäre die nette Aussicht. Damit ist hier diese kleine Villa gemeint, die am Rand der Karte ist. Hier müsst ihr dann einmal ganz kurz landen und dann hättet ihr auch schon den ersten Teil fertig. Auf der Karte ist die Villa dann ganz genau hier, das ist die nette Aussicht. Der zweite Ort wäre der verlässliche Verleih, damit ist auf jeden Fall hier dieser Ort gemeint am Strand, wo hier so ein paar Häuser vermietet werden. Das ist dann so gesehen der verlässliche Verleih und auch hier müsst ihr ganz kurz einmal landen und das wäre dann auf der Karte genau hier unter Holly. Und dann gibt es auch noch einen dritten und somit letzten Ort, unser Lockys Leuchtturm. Der wäre genau hier vorne, direkt neben Steffi. Und auch hier müsst ihr natürlich ganz kurz einmal landen und dann seid ihr auch schon fertig mit Herausforderungen. Auf der Karte ist dann der Ort genau hier, das ist Lockys Leuchtturm, wie gesagt in der Nähe von Steffi Stronghold. Ja und das war es ja auch schon zu dem kurzen Video. Lasst an der Stelle gerne ganz kurz einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao. Ciao.